Die Ambrie-Fans dürfen tatsächlich schon früh jubeln. Ambrie erwischt den viel besseren Start. Nach drei Minuten enteilt Noro und dann schiebt Park zum 1 zu 0 ein. Der Jubel in der Valascha ist kaum verhalt. Da zieht Marc Reichert los. Er bedient Marco Petretti und dieser schiesst das 2 zu 0. Nur 50 Sekunden nach dem ersten Tor doppelt Ambrie nach. Ja, wenn das die Fans nicht versöhnt. Der SC Bern hat danach ein Timeout genommen und greift jetzt druckvoll an. Und hat ja einen gewissen John Tavares auf dem Eis. Sein Ablenker und es steht nur noch 2 zu 1. Das ist gespielt, sind knapp neun Minuten. Die Berner haben sich vom frühen Schock erholt. Scherwe sorgt für Bewegung. Deruns, immer noch viel Verkehr vor dem Tor, die Scheibe im Tor. Drauss gleich, im Getümmel, hat Tristor Scherwe den Überblick behalten. Am Riss-Raum-Start ist schon verpufft. Der SC Bern jetzt auch noch in Überzahl. Byron Ritchie wird nicht gestoppt. Nach 15 Minuten führen die Gäste. Ein turbulentes Startdrittel war das. Im zweiten Drittel flacht das Spiel ab. Bern kontrolliert das Geschehen und geht durch Kinraid mit zwei Toren in Führung. Lange aber wehrt auch dieser Zwei-Tore-Vorsprung nicht. Ambry reagiert mit diesem Angriff und mit diesem Anschlusstreffer. Jason Williams bringt die Hoffnung zurück. Es bleibt aber bei der Hoffnung. Denn wenige Sekunden vor Schluss erhöht Tavares ins leere Tor auf 5 zu 3 und setzt damit den Schlusspunkt unter dieses unterhaltsame Spiel.